Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu meinem Nerderado. Das Nerdzimmer ist endlich fertig. Es hatte jetzt in den letzten Monaten die ganze Zeit den Status gehabt, dass es so 90% fertig ist. Jetzt wegen ich auch die ganze Zeit keine Motivation gefunden habe, jetzt hier eine Roomtour für aufzunehmen. Aber im Vorfeld konntet ihr ja schon mal so einen kleinen Rundgang mit dem guten Craterino erleben, wo er sich aus jedem Regal immer ein Comic rausgeschnappt hat und dann etwas darüber erzählt hat. Ich werde euch das Video nochmal in der Beschreibung verlinken, falls ihr das verpasst haben solltet. Und heute möchte ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, wo was steht und euch zeigen, wo ich was von den Comics einsortiert habe. Warum welche Figur wo steht, wo sie auch immer steht und welcher Zweck von welchem Regal aktuell in dem Zimmer ist. Weil da hat es jetzt vor genau genommen nur nicht mal 24 Stunden eine riesige Änderung begeben. Und zwar war das dieses Regal hier, wo wir jetzt das ganze Zimmer umgebaut hatten, war das Regal hier die Lagerstätte für die ganzen leeren Kartons, wo alte Figuren drin gewesen sind. Hintergrund dafür ist bei mir, dass ich halt diese Verpackung meistens so nice finde. Das ganze Design, die Artworks, die auf der Seite drauf sind, wie hier bei den Ghostbusters Kartons, dass ich das nicht einfach mit irgendwelchen Kartons verstauen möchte und am liebsten alles präsentieren würde in meinem Zimmer. Allerdings, wie das nun mal so ist, wenn man eine große Sammlung hat, dann kann man irgendwann nicht mehr alles präsentieren. Weswegen ich dann jetzt alle Kartons hier rausgeräumt habe mit meiner Frau zusammen und die in andere Kartons gestopft habe, mit die dann in den Keller jetzt in Sicherheit lagern können und irgendwann vielleicht nochmal rausgegraben werden, wenn ich mich mal wieder dazu entscheide, eine Figur zu verpacken. Weil das ist eine Sache, die mache ich gerne mal, dass ich so ein bisschen rotiere mit den Figuren, die hier überall stehen, dass ich sie gerne mal wieder in die OVP reinpacke und dann wieder auspacke, dann wieder einpacke, an die Wandhänger von der Wand abnehme. Ihr wisst, was ich meine, der typische Struggle. Allerdings hat es jetzt mehr Sinn gemacht, hier die Puzzle reinzupacken. Unter anderem auch dann die Tatooine-Skift, die zwar hier jetzt nicht so prominent platziert ist und man sieht sie nicht direkt, wenn man in ein Zimmer reinkommt. Ich finde aber den Platz, den sie jetzt im Endeffekt gefunden hat, wunderschön, weswegen sie da stehen bleiben wird. Obendrauf ist auch der Voltron jetzt gelandet. Der ist jetzt auch ein paar Mal im Zimmer hin und her gewandert und jetzt thront er so ein bisschen über den Ding. Leider kann ich ihn nicht so aufstellen, wie ich ihn am liebsten aufstellen würde, mit dem Schwert nach oben, weil dann ist die Decke doch zu nah und auch die Flügel hinten drauf. Er muss sich einklappen, aber trotz dessen hat er jetzt hier seinen Platz gefunden. Direkt daneben seht ihr so ein paar Figuren, die sind aus den Anfang 90er, Ende 80er Jahren, sind in Spanien erschienen. Ich finde, die sind unglaublich hässlich, aber die haben irgendwie so einen Kultfaktor und so einen persönlichen Wert. Auch wenn ich es erst irgendwie gefühlt 20 Jahre nach Erscheinung gekauft habe, es müsste so um die 2012 gewesen sein. Irgendwie so was in den Dreh rum. Im Urlaub für 5 Euro, da wolltest du mal mitnehmen. Und seitdem stehen sie im Zimmer und waren dann immer wieder irgendwo noch unten in die letzte Ecke. Mittlerweile sehe ich es aber dann doch mehr nostalgisch, weil ich es mittlerweile auch schon ein paar Jahre bei mir in der Sammlung habe, weswegen sie jetzt halt da oben so berühmt neben den Ultron stehen. Dann geht es direkt weiter mit Aufbewahrungsboxen. Auf die Idee hat uns der gute Paladin von Tür mit einem seiner Videos gebracht. An der Stelle bist du begrüßt, Digi. Und zwar geht er auch hin und sammelt sein ganzes Sammelsorium an Ersatzteilen, zweiten Köpfen, Waffen und alles, was so Figuren dazuhört, in so Aufbewahrungsboxen. Was wir dann jetzt hier auch gemacht haben, wo wir so eine Box haben, wo nur Köpfe drin sind, eine, wo nur Hände drin sind und eine, wo die ganzen Waffen sind. Und das ist dann auch so ein bisschen der Zweck von diesem Regal hier, dass hier so ein paar Sachen gelagert werden, wie zum Beispiel die Kameras für die Livestreams, wo jetzt auch eine Playstation 5 Kamera daneben liegt, wo ich die Tage auch noch mit Livestreamen möchte. Und hier seht ihr die ganzen Kartons von den Softbox-Lampen, wo man immer ein paar Satzböden braucht, weil die gehen meistens dann kaputt, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Da drunter noch ein paar Figuren, die am Wandern sind, wie zum Beispiel hier die Weihnachtsfiguren, die jetzt bis Weihnachten irgendwo hinten im Regal verschwinden werden und dann nächstes Jahr Weihnachten wieder ausgegraben werden. Oder hier andere Transformers, die ich noch irgendwann auspacken möchte. Das Gleiche gilt auch so ein bisschen mit den Covern, die hier an der Wand zu sehen sind, über die ich gerade eben schon geredet hatte, die jetzt neu an der Wand gelandet sind. Das sind zum einen Lantacular-Cover. Aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, mittlerweile Schöner in der Sammlung drin. Die werden vielleicht nochmal neu eingerahmt. Da sind wir schon wieder beim Thema. Das Zimmer ist an aktueller Stelle mal wieder nur eine Momentaufnahme von dem, was hier so passiert, weil hier wird so oft umgeräumt, dass es sich heute mal gelohnt hat, aufzunehmen. Ich wette, mit euch in einer Woche steht hier schon irgendwie irgendwo etwas wieder anders. Aber ich werde da wieder warten, bis sich da genug gesammelt hat an Sachen, die hier den Platz gewechselt haben, bis sich da wieder eine Roomtour lohnen wird. Auf jeden Fall sind das hier Lantacular-Cover, die ich je nachdem noch austauschen möchte. Darunter dann das allererste Marvel-Comic oder allgemein eins meiner ersten Comics, die ich in meiner Sammlung hatte, weswegen das auch immer eingerahmt bleiben wird. Und darunter ein Transformer-Comic, was ich so ziemlich zeitgleich mit dem bekommen habe oder vielleicht sogar davor, ist ein Comic, was ich nie so wirklich erwähnt habe, wenn es um meine ersten Comics ging, weil ich meistens so Sachen weggelassen habe, wie Mickey Mouse und sowas bei solchen Erwähnungen. Sachen, die ich halt aktuell nicht mehr verfolge, sind da irgendwie so ein bisschen verschwommen gewesen. Als ich dann aber in meinen absoluten Transformers-Hype gewesen bin und auch wieder so ein paar alte Hefte von mir rausgegraben habe, ist mir das wieder ins Auge gesprungen. Dabei ist mir eingefallen, dass das so mein erstes Transformer-Comic auf der einen Seite ist und so ziemlich zeitgleich bei mir zu Hause gelandet sein muss, wie das hier, weswegen das jetzt auch eingerahmt an der Wand gehandelt ist. Auch ein Condor-Comic, beides Condor-Comics, weil so die Zeit Ende der 90er, besser gesagt Anfang der 90er und Ende der 80er irgendwie so aus dem Dreh rum, wo die ganzen Marvel-Sachen noch bei Condor erschienen sind. Wobei die ganzen Marvel-Sachen auch übertrieben ist, weil damals gab es ja mehrere Verlege, die da die Sachen rausgebracht haben. Das kam aber so ein bisschen auf die Serie an. Bei DC war das noch krasser, da war das Ganze noch ein bisschen zerpflückter. Und das ist dann auch schon direkt der nächste Punkt für hier. Ihr seht hier schon Spider-Man, die Klonsaga. Und hier habe ich das Ganze jetzt chronologisch nach Spider-Man-Heften sortiert. Das Ganze geht bis hier unten hin, wo dann auch der ultimative Spider-Man seinen Weg mit reingefunden hat. Und fängt halt an bei Williams-Comics, wo ich wirklich nur so ein, zwei Hefte in der Sammlung drin habe. Dann geht es direkt weiter mit Condor, wo ich einen großen Teil oder so ziemlich 50-50 die Sachen auf der einen Seite vom Master bekommen habe. An der Stelle bist du gegrüßt. Und auch von eben schon erwähnten Paladin von Tyr habe ich da einen guten Stapel bekommen, die mir da gut geholfen haben. Es sind insgesamt über 200 Hefte. Wie ihr schon sehen könnt, das sind keine 200 Hefte. Also da muss ich auch noch einen guten Stapel besorgen, bis ich die vollständig habe. Dann geht es direkt weiter mit der Klonsaga, was an der Stelle die Reprints sind, die dann Panini nochmal gereprintet hat, was so ein Reprint halt mit sich bringt. Und ist die schönste Variante, die man von der Klonsaga kaufen kann. Aber auch die ist nicht vollständig. Da sind einige Sachen ausgelassen worden, die jetzt für die Storyline nicht so wichtig gewesen sind. Und wenn man die lesen möchte, muss man wiederum zum ersten Volume von Panini greifen, was ich bis auf zwei Ausgaben da mittlerweile auch vollständig in der Sammlung drin habe. Da muss ich auch irgendwann nochmal die Lücken schließen. Und da fängt die Story dann direkt mitten in der Klonsaga an. Es ist noch so im ersten Drittel, würde ich behaupten. Und direkt die ersten, ich glaube, drei oder vier Hälfte haben es nicht mit in diese Bände reingeschafft, was ich dann recht cool fand, wo ich die ganzen Sachen beim Re-Read gelesen habe. Und das geht dann halt weiter mit der zweiten Volume, mit der dritten Volume, mit der erstaunlichen Spider-Man, sensationellen Spider-Man, alles, was hier so gesammelt ist, bis hin zum aktuellen One-on-so-Miniserien, wie Spider-Gaddon oder auch der freundliche Nachbar Spider-Man. Und ihr seht es schon, Spider-Man macht einen großen Teil meiner Sammlung aus und genau genommen sogar noch ein bisschen mehr, weil an einer anderen Stelle noch die ganzen Taschenbücher von Condor stehen, von denen mir auch insgesamt, ich glaube, nur drei oder vier Stück fehlen, bis ich die dann vollständig habe. Und gelesen wiederum davon habe ich nicht ganz alles, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde sagen, so die Stelle hier bis hier ist noch Lesestapel. Der Rest ist dann aber tatsächlich gelesen. Und ich bin auch noch so bei diesem Format dran, wo es schon eine längere Pause gegeben hat, wenn es mittlerweile nicht sogar ein ganzes Jahr ist, beim Spider-Friday, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, den Lesestapel so stückchenweise abzuarbeiten. Und ich muss mal gucken, vielleicht werde ich einen Spider-Friday jetzt für 2021 mal wieder aufgreifen. Vielleicht nicht so regelmäßig, aber vielleicht so einmal im Monat. Mal gucken. Totgeglaubte leben länger. Vielleicht gibt es da so ein kleines Comeback von Spider-Friday. Soviel zum Thema Spider-Man. Dann geht es auch schon direkt weiter mit dem Funko-Pops und einer Figur, die gerade natürlich umgekippt ist, als ich vor diesem Regal gestanden habe. Und zwar die Psycho-Rangers, die ich hier recht cool davor platziert habe. Und hört sich so ein bisschen selbstverliert an, wenn ich erzähle, dass ich die recht cool dort platziert habe. Aber ich finde, der Platz sieht total cool aus. Und die sehen recht belebt aus. Und ich habe sie deswegen vor die Funko-Pops gestellt, weil auch wenn die Funko-Pops, die hier stehen, recht coole Funko-Pops sind und auch Funko-Pops sind, die bei mir in der Sammlung bleiben werden, ich bin nicht der größte Funko-Pop-Fan. Und ich habe mich so ein bisschen an den Designen satt gesehen. Trotzdem gibt es zwischendurch immer mal wieder Figuren, die ich ganz cool finde, weswegen die auch nicht ganz aus meiner Sammlung verschwinden werden. Unter den Funko-Pops und Power Rangers befindet sich dann auch schon direkt meine Justice League Heft- und Trade-Serien-Sammlung plus die ganzen Spin-Off-Serien wie die Justice League United, Justice League of America, Justice League Odyssey oder auch die R2-Serie aus den U52 mit der US2 Society, was die Nachfolge-Serie davon gewesen ist. Also ihr seht es schon, so ziemlich thematisch aufeinander aufbauend, was da steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es erstaunlich, dass da meine ganze Justice League Heft-Serien-Sammlung in ein Fach reinpasst. So, weil wenn ich meine ganze Sammlung im Kopf durchgehe, habe ich gefühlt übertrieben viel von der Justice League gelesen, aber es passt dann doch alles in ein Fach rein. Weil mit den Jeff Jones und mit den Greg Morrison-One habe ich eigentlich schon so ziemlich alles an der Justice League gelesen, was ich irgendwie lesen wollte oder was ich mir von dieser Gruppierung erwartet habe oder was es dort zur Szenen gab, was ich irgendwie interessant fand. Weil ich muss sagen, alles, was jetzt danach unter Zürchen erschienen ist, war zum Teil zwar auch unterhaltsam, aber so wirklich abgeholt hat mich eigentlich nur der Greg Morrison-One und der Jeff Jones-One, weswegen ich gerade so ein bisschen damit am liebäugigen bin, ob ich bei der Justice League erstmal aussteigen soll und dann vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Autoren warte, der die Serie übernimmt, der mich total anspricht. Wenn das jetzt zum Beispiel so ein Jeff Lemire ist, dass ich dann nochmal in eine Justice League-Serie einsteige oder wenn Jeff Jones zurückkehrt oder ein Greg Morrison und ansonsten erstmal einen Bogen um die Justice League machen werde. Also bin ich gerade so ein bisschen mit am liebäugigen, ist so ein bisschen wie mit den Avengers, wo ich bei Weitem auch nicht alles gut finde, was da so glänzt und Erde 2 würde ich mich drüber freuen, wenn da mal wieder was kommen würde. Da habe ich ja die große Hoffnung, dass man die ganzen alten Charaktere in einer neuen Erde 2 Serie wieder zurückbringt und ich hoffe, dass da was bei DC kommen wird. Auch der New 52-One war sehr gut. Das Charakterdesign, über das lässt sich da definitiv streiten, weil er findet zum Teil die Originaldesigns sehr viel cooler als die neueren Designs aus der Erde 2 Phase und finde es so ein bisschen schade, dass diese Gruppierung am Anfang so viel Liebe bekommen hat und dann doch irgendwie fallen gelassen wurde. James Robinson hatte eine wunderbare Version für diese Serie gehabt, aber als es dann hieß, dass er nicht die komplette Kontrolle über das Universum haben wird und dass da noch eine andere Parallelserie geschrieben wird, über die er keine Kontrolle hat, war er so beleidigt, dass er direkt alles stehen und liegen lassen hat und dann die Serie verlassen hat und das merkt man der Serie halt auch an, dass er einen sehr starken Start hatte und dann so ein bisschen schlechter wurde. Auch wenn mir das Ende der Serie noch ganz gut gefallen hat und auch die Events, die daraus resultiert sind, muss ich sagen, dass der Start der Serie der absolute Oberhammer gewesen ist und den Rest der Serie definitiv einen Schatten dastehen lässt. Da drunter wiederum geht es dann weiter mit so ein bisschen Manga-Zeug, wo es hier der My Hero Academia One steht plus den Anime. Ich sage es immer wieder, einer meiner absoluten Lieblingsmangas. Daneben dann Naruto, eine Manga-Serie, über die ich überrascht war, wie gut sie dann tatsächlich ist. Ich dachte jahrelang, das wäre nichts für mich, bis ich dann die ersten drei Massiv-Bände gelesen habe und seitdem liegen irgendwie gefühlt die nächsten fünf schon auf der Lesestapel. Ich muss doch unbedingt mal weiterlesen. Naruto und der stelle mal so eine kleine an der Seite erwähnte Leseempfehlung. Da drunter wiederum einer der absoluten 90er-Jahre-Legenden und eine Comic-Figur, die wahrscheinlich jeder in seiner Sammlung vertreten hat und zwar ist die Rede von Spawn, einmal mit der Origins Collection, dann die aktuelle Trade-Serie plus ein paar Hefte, die so los in den 90er-Jahren erschienen sind. Dann habe ich daneben auch noch so Sachen hingestellt, die beim Splitter vielleicht mal Verlag erschienen sind, wie zum Beispiel hier Tao, wovon ihr das Cover jetzt wahrscheinlich nur so mittelmäßig erkennen konntet oder andere Splitter-Miniserien, die halt irgendwo auf Ebay günstig zu schießen gewesen sind, wie zum Beispiel auch The Tense, wo ich aber sagen muss, davon habe ich dann das erste Heft gelesen und habe dann irgendwie so ein bisschen die Leselust verloren. Dann noch ein ganz kleiner Stapel Simpsons-Comics und dann sind wir auch schon mit dem ersten Regal hier durch. Nächsten Regal, ihr seht es wahrscheinlich schon an Son Goku und an den anderen Son Goku, der da aufgestellt ist. Hier ist die ganze Dragon Ball-Thematik verarbeitet worden, sprich ich habe hier die Manga stehende Originalserie, wo ich definitiv noch umbauen muss in Zukunft, bis wenn da die nächsten Massiv-Bänder erscheinen werden, weil da habe ich jetzt aktueller Stand. Die Story bis Band 6 stehen daneben direkt Dragon Ball Super und dann noch die Blu-Race der Serie und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen in den letzten Jahren. Ich bin mittlerweile tierischer Dragon Ball-Fan und kann an der Stelle nochmal jedem empfehlen, der es noch nicht getan hat, sich Dragon Ball reinzuziehen. Das mit den Massiv-Bänden habt ihr die beste Möglichkeit, das recht günstig zu lesen. Dann geht es weiter mit dem Dragon Ball-Magazin, was damals von Carlson veröffentlicht wurde, wo es noch eine Nachfolge-Serie gibt, wovon ich jetzt hier zufälligerweise den Cover in der Hand halte und zwar Dragon Ball GT, wo man halt die Filme drin verwurstelt hat in Screenshots und das Ganze zum Teil recht gut, mal sind Screenshots ein bisschen verschwommen, aber es macht definitiv Spaß zu lesen. Die Story ist nicht immer ganz ersichtig. Ich muss natürlich sagen, wenn man sich den Film angeguckt hat und danach den Manga oder besser gesagt die Screenshot-Sammlung liest, dann funktioniert es besser, als wenn man sich dann am Anfang nur diesen Manga reinzieht oder besser gesagt die Screenshot-Sammlung, weil da war der ein oder andere Film dabei, wo ich die Handlung erst so richtig verstanden habe, als ich den Film dann selber gesehen habe und von Handlungen reden wir echt von einer Handlung, die auf eine Serviette drauf passt, weil gerade die ersten Dragon Ball Filme sind ja dafür bekannt, dass die meistens nicht so gut gewesen sind. Trotzdem ist es eine ganz coole Sammlung an so Titeln oder besser gesagt an der Heft-Serie. Ist doch die komplette Heft-Serie, die hier steht und ich hatte vor kurzem überlegt, die wieder wegzugeben, weil sie halt echt nur so mittelmäßig gut ist, aber wenn ich dann die Cover an die Hand in Befindung dann doch wieder so cool, dass es dann doch bei mir in der Sammlung bleibt. Da neben dann eine Aufreihung von Manga-Kult-Titeln, wo der erwähnenswerteste definitiv Blame ist, also ich fand den visuell so unglaublich, einer der schönsten Manga von den Zeichnungen, die ich jemals gelesen habe und da neben steht direkt Basilisk, ein recht verrückter Ninja-Manga, also auch so mit der verrückteste Ninja-Manga, wenn nicht sogar definitiv der verrückteste Ninja-Manga, den ich jemals gelesen habe, gefolgt von Endzeit, wo ich auch immer wieder eine Empfehlung vor aussprechen muss, hat mir auch richtig gut gefallen und bei den nächsten Sachen, die hier noch so stehen, sagen der Stelle noch We Stand on Guard erwähnt, ist ein Titel von Brain Kill 1, der so vor circa drei, vier Jahren erschienen ist und seitdem nie wieder erwähnt wurde. Ich weiß auch nicht mehr viel über den Inhalt, aber wo ich gerade den Buchrücken sehe, muss ich sagen, dass es mir damals ganz gut gefallen hat. So viel scheint davon zumindest hängen geblieben zu sein. Darunter geht es dann tatsächlich, fällt mir gerade in diesem Moment auf mit einem besonderen Fach weiter, weil hier mehrere Sachen drin stehen, die mir was bedeuten. Zum einen dieses Batman-Mobil. Ist das aus meiner Kindheit, was damals von Kenner zu der Batman-Animated-Serie rausgebracht wurde, Mainz hat leider die gleiche Bruchstelle wie jedes andere an der Klappe, wo hier eins von den beiden Penüppeln abgebrochen ist, weswegen sich das leider so doof rausnehmen lässt. Ansonsten ist es aber noch ein Top-Zustand, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich habe damals mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahren die ganzen Batman-Figuren verkauft, die dazugehören. Sprich, mir fällt aktuell immer noch eine passende Batman-Figur, die ich hier reinsetzen kann, aber da werde ich, denke ich mal, zuschlagen, wenn die Trödelmarktsaison wieder losgeht und ich da mal irgendwo einen abblicke. Und direkt dahinter wiederum steht Attack on Titan, der erste Manga, den ich jemals gelesen habe, den ich dann irgendwann nach Band Nummer 9 aus dem Abo genommen habe oder besser gesagt aufgehört habe zu kaufen und dann doch wieder eingestiegen bin, einige Jahre später und es noch in keinster Weise bereut habe. Zum einen ist Top-Clot mittlerweile ganz anderer, also die Serie hat sich wirklich krass gewandelt und ist nochmal ein ganz Stückchen erwachsener geworden und politischer vor allem und ist auf jeden Fall ein Manga, wo es sich gelohnt hat, dran zu bleiben. Was nicht so ganz für die Miniserie Attack on Titan, bevor sie voll geht, wovon ich leider nur den ersten Band lesen konnte, weil den fand ich dann so mies, dass ich den zweiten Band erst gar nicht mehr angerührt habe und auch nicht mehr gekauft habe. Da direkt daneben ist dann die erste Box von Anime, die damals erschienen ist, hatte der sieben zum Geburtstag geschenkt gehabt und an der Stelle bist du auch gegrüßt, Digi, und muss ich eigentlich auch mal weiter gucken. Ich habe davon damals nur die erste Box geguckt gehabt und danach habe ich den Anime komplett liegen lassen, weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch bei den Mangern ausgestiegen bin. Dann wird es weiter mit ein paar Büchern aus dem Taschenverlag, wo man so eine kleine Mini-Version hat von dem, was der Taschenverlag auch nochmal in diesen großen XXL-Büchern rausgebracht hat und trotz dessen sind hier nochmal so ein, zwei Bilder drin abgedruckt worden, die es nicht ins große Buch reingeschafft haben, weil das hier halt so die Mini-Versionen sind und sich auf einzelne Charaktere gestürzt haben, war das auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu diesen großen Büchern. Und dann geht es auch schon weiter mit einem total wahllos zusammengemixten Haufen von US-Heften, die ich mir damals mal in der Schulzeit noch gekauft habe und teilweise für gute Noten dann, wenn ich einen englischen 1-Satel bekommen hatte, dann war das irgendwie für meinen Vater sinnig, mir als Belohnung ein paar US-Hefte zu kaufen und jetzt habe ich hier zum Beispiel in der Hand Darkhawk-Heft Nummer 9, wo ich gleich auch noch die passende erste Ausgabe mit dem ersten Auftritt von Darkhawk habe. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen und ich lege das jetzt hier unten hin und ja, wie gesagt, das hier ist so ein recht sinnlos zusammengewürfelter Haufen US-Hefte und dann geht es thematisch schon direkt mit den X-Men los. Da habe ich nämlich hier so eine Trade-Sammlung von so Spin-Off-Serien wie Waffe X oder X-Force, Rogue und Gambit, die New Mutants und was es da sonst noch so gegeben hat und dann geht es unten direkt weiter mit Wolverine, wo ich viel weggegeben habe. Oh mein Gott, bei Wolverine habe ich wirklich viel verkauft, weil die meisten Solo-Serien dann doch mies sind, weswegen das hier tatsächlich alles an Solo-Veröffentlichungen von Wolverine sind abgesehen von Old Man Logan. Das habe ich dann in meine Old Man-Abteilung reingestellt. Auf die kommen wir aber denke ich mal so zum letzten Drittel dieses Videos zu sprechen, weil ich da hinten irgendwo diese Abteilung aufgebaut habe. Neben den guten Wolverine habe ich dann auch schon direkt alles, was ich von den X-Men besitze, was auch tatsächlich überschaubar ist. Das ist diese Heftchen-Sammlung, die so zeitlich angesiedelt bei den Jim Lee X-Men anfängt und aufhört kurz nach Bendis. Nach Bendis bin ich tatsächlich gar nicht mehr so lange bei den X-Men drangeblieben. Habe noch so ein, zwei Trade-Serien gelesen. Ich glaube die letzte aktuelle war dann X-Men Gold. Dann gab es so einen kleinen Bruch bei mir mit den X-Men, aber jetzt wo Hickman das Zepter in die Hand genommen hat, bin ich wieder so halb drin. Also halb drin heißt, ich bin gerade bei ein paar Spin-Off-Serien dran, wie bei den Marauders oder auch der X-Force und auch bei Wolverine. Allerdings bei der Haupt-X-Men-Serie habe ich aktuell erstanden nur das siebte Heft, was ich von Golden Versords zugeschickt bekommen habe. An der Stelle wirst du auch schon gegrüßt, ihr merkt es schon. Es ist heute ein Video mit Name-Dropping und muss ich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen aufholen. Habe ich Bock drauf. Ist ein Team, was mein Herz gewachsen ist, wovon ich auch noch ein paar klassischere Sachen im Regal drin stehen habe, aber die sind größtenteils in der Schette-Sammlung drin, weswegen die jetzt hier halt nicht zeitlich mit einsortiert wurden, weil das ist auch noch so ein kleiner Twist, den ich mir für meine Sammlung überlegt hatte, in absolutem Anführungszeichen das Wort Twist an der Stelle, dass ich alles chronologisch sortiert habe. Und zu guter Letzt für dieses Regal habe ich hier unten noch mal eine Green Lantern-Abteilung stehen, die zeitlich in den 90er Jahren mit den Kyle Reiner, meine absoluten Lieblingsleiter, anfängt, dann auch schon direkt aufhört mit Ende der 90er Jahre und dann übergeht in den Jeff-Jones-Run, den ich dank dieser dicken Iggy Moss-Bände bis auf den Krieg der Lanterns mittlerweile komplett in der Sammlung habe, wo ich auch richtig froh drüber bin. Und ihr merkt es schon, ansonsten ist das Regal halt noch ein bisschen bestückt mit Figuren und was so dazugehört und ist schon fast voll. Wie gesagt, ich werde hier noch ein bisschen umräumen müssen, wenn ich dann halt noch die anderen Dragon Ball Massive-Bände habe und auch das hier oben. Hier sind jetzt zum Beispiel noch zwei Platzhalter-Kartons. Das ist einmal der hier zu der Netflix-Transformers-Serie und der zu diesem Star-Wars-Raumschiff, die beide schon ausgepackt wurden. Aber ich fand die beiden Kartons so cool, dass das aktuell die beiden einzigen Lehrkartons in diesem Raum sind und werden auch noch irgendwann weichen. Dahinter habe ich dann jetzt noch so Aufsteller aufgestellt aus Plastik, wo ich dann noch eine zweite Reihe halt sichtbar jetzt machen konnte und das lässt auf jeden Fall so ein paar Sachen jetzt verändern in den Zimmer, wo jetzt nach und nach wahrscheinlich noch mehrere zweite Reihen auf den anderen Regalen aufgebaut werden. Ansonsten geht es hier direkt weiter. Das ist noch der letzte Schwenk von dieser Seite, bis wir dann die ganzen Softboxen umbauen müssen und zwar seht ihr schon, hier hängen einige eingepackte Figuren, wovon ich auch wieder zum Teil eine vom Zuschauer zum Beispiel geschenkt bekommen habe, wie den hier, das ist ein X-Men aus der 90er Jahre Serie, wenn es nicht sogar 80er ist, wobei ich mir gerade ziemlich sicher bin, dass der aus den 90ern ist oder darüber der Nigen, dem immer von meiner Frau geschenkt wurde, was für mich so ein absolutes Highlight gewesen ist, weil Top Mad Friday mit der Figur echt ein wunderschönes Teil rausgehauen hat oder auch der Superman hier, den wir uns mal in einem Amsterdam-Urlaub gekauft haben und war ein cooler Comic-Shops, CIA-Comics, falls ihr mal in Amsterdam sein solltet, besucht den unbedingt mal und ist auch eine richtig nice Figur oder auch diese Uhr. Also, ihr merkt es schon, es ist immer wieder eine Uhr ohne Batterie. Ich glaube, diese Uhr hat einmal in ihrem Leben eine Batterie gesehen, weil ich hier irgendwie eh nie auf die Uhr gucke. War ein Geschenk von einer Freundin gewesen und ist doch cool, so eine Schallplatten Captain America, wo ist doch eine tolle Sache, die man so im Comic-Raum hängen haben kann und ihr merkt es schon, diese Seite von Zimmer, die ihr so gut wie nie gesehen habt, ist an der Stelle fertig und ich denke mal, wir machen das einen kleinen Wechsel zur anderen Seite und dann gucken wir, was da so rumsteht. Mit der Wand, die ihr jetzt hinter mir seht, habe ich mir einen absoluten Traum erfüllt und zwar war es schon immer mein Wunsch gewesen, meine ganze Wand voll mit Figuren und OVP zu haben, was dann jetzt durch die ganze Umgestaltung mit den neuen Regalen auch wunderbar funktioniert hat. Oben drauf kommen halt einige Figuren, die ich noch nicht ausgepackt hatte, wie zum Beispiel die Masters, die Originalen, die der gute Comics Cold Cinema mir mal extremst nicerweise geschenkt hatte oder auch die Star Wars Vintage Figuren, die ich größtenteils in der OVP drin lasse. Bei den Star Wars Black Series Figuren habe ich die meisten sogar schon einmal ausgepackt gehabt, eine ganze Zeit lang ausgepackt und ein Regal stehen gehabt und habe sie jetzt wieder verpackt mit der so ein bisschen Rotation stattfindet und hier oben erblickt die ja die Lücke, die hier unschwer zu übersehen ist. Da ist die Tare in die Figur runtergekracht hier unten drauf und hat irgendwie gefühlt alles abgerissen, was hier gestanden hat. Ich habe irgendwie abends im Bett gelegen, habe dann nur bam, bababum gehört und wir gucken uns an, also in dem Fall meine Frau und ich und denken uns, alles klar, da ist wieder irgendeine Figur abgestürzt und dann an diesem Tag geil ist erstmal zu gucken, was hier genau abgestürzt ist und ich bin dann hier reingekommen, seht direkt die Lücke, wusste alles klar, da ist leider ein OVP kaputt gerissen. Ich bin mir noch ein bisschen umschlusslich, ob ich die vielleicht kleben werde und dann wieder da dran hänge oder ob ich die Figur einfach wieder auspacke und dann in dem Fall ausgepackt mit den anderen Ghostbusters zusammenstellen habe. Hier oben seht ihr auch ganz viele Figuren in OVP, wovon auch die meisten ausgepackt gewesen sind, zumindest die ersten fünf, die ihr hier seht, habe ich schon mal ausgepackt im Regal stehen gehabt und habe da so ein bisschen rotiert und ansonsten stehen hier auch ein paar absolute Highlights aus meiner Sammlung oben drauf, wie zum Beispiel der Doctor Doom, der auch definitiv zu meinen Highlights von meinen ganzen Figuren gehört, ich liebe diese Figur oder der Devastator, einer der krassesten Transformers-Figuren, die ich jemals gesehen habe, die aus neun verschiedenen Transformers zusammengebaut wurde oder auch gerade eben hat er noch geleuchtet, der Infinity Gauntlet, also Thanos' Handschuh aus Endgame, sieht auch extrem nice aus, das Teil, da haben ja auch viele von euch die ganzen Instagram-Stories so abgefeiert, die ich gemacht hatte, wo ich so ein bisschen den Running-Gag ausgenutzt habe, dass man damit halt nichts anfassen kann, dass es halt ein Handschuh ist, mit dem man nichts greifen kann und demzufolge ganz viele Sachen versucht habe, damit zu greifen. Ich habe dazu auf Instagram zwei Highlights gemacht, das sind tatsächlich zwei Stück, weil 100 Stories nicht ausgereicht haben, sprich eine Highlight-Abteilung unter Instagram und demzufolge sind zwei Stück geworden, ich hatte davon das erste Ding sogar mal als YouTube-Video hochgeladen gehabt und wenn ich daran denke, werde ich euch das mal mit in die Beschreibung verlinken, falls ihr das verpasst haben solltet. Noch ein weiteres Highlight, was mit hier oben drauf gelandet ist, nämlich die ganzen Marvel-Legends-Figuren, und Star Wars-Figuren, die hier drauf stehen, wobei hier zu 90% nur Marvel-Legends-Figuren stehen, ist der Punisher War Machine-Helm. Ich liebe dieses Teil. Hat hier mittlerweile auch schon ein, zwei Auftritte auf Thumbnails genommen und wie ich mich kenne, wird er wahrscheinlich auch auf den Thumbnail von diesem Video landen und ich hänge wieder in der Russenhocke vom Regal. Mal gucken, es ist auf jeden Fall die aktuelle Version von den Thumbnails, was ich für dieses Video hier nutzen werde. Und soviel zu den Figuren, die an der Wand hängen. Also hier habt ihr es ja schon gesehen, mit den Figuren, die oben drauf stehen, und es ist recht Marvel-lastig und das habe ich diesmal versucht, so ein bisschen mehr durchzuziehen. Ich habe unter anderem auch von guten Comics kurz zu nehmen. Es zieht sich heute durch wie ein guter Fahrt mit dir. Dieses wunderschöne Schloss Greyskye gefunden, wo ich oben drauf die wunderschöne Dame präsentiere und unten steht der gute He-Man selber dann im Tor drin und ansonsten musste noch dieser Power Ranger da seinen Platz finden, weil die Figur in dieser Pose so cool aussieht und anfangs hatte sie hier auf der Ecke gesessen vom Regal, aber jetzt wo Schloss Greyskye da steht, musste er dann doch da landen. Davor habe ich dann, wie gesagt, eine Joker-Figur noch und X-Man stehen. Dann habe ich hier so ein bisschen die Power Rangers-Abteilung. Es sind nicht alle Power Rangers, die ich habe. Ihr habt gerade eben im anderen Regal schon die Psycho-Ranger gesehen, aber alle normalen Power Rangers habe ich hier hingestellt und sieht auch recht cool aus. Ich hätte gerne noch so einen Megasort, den ich dahinter stellen könnte. Also Hasbro, falls ihr dieses Video gucken solltet, bringt mir auch unbedingt einen Megasort raus. Daneben wiederum habe ich eine kleine Auswahl an Transformers hingestellt. Ihr seht, es ist recht Optimus Prime-lastig und ich habe so ein paar Highlights da reingestellt, wie zum Beispiel Soundweb, der absolut einer meiner Lieblingstransformers ist. Genauso wie halt auch der gute Megatron, den ihr in den Hintergrund seht und auch Bumblebee-Marich. Da finde ich tatsächlich die aktuelle Version aus der Netflix-Serie sehr nice. Und daneben wiederum finden wir die Ghostbusters, die auch zu meinen absoluten Highlights gehören. Wenn das nicht sogar so von den ganzen Figuren, die ihr hier oben drauf seht, meine Lieblingssammlung ist, die kleine Ghostbusters-Sammlung. Und ich denke mal, ich werde die gute Dame, die von der Wand gekracht ist, jetzt auch noch dazustellen. Und auch noch ein Highlight, der merkte schon, hier sind ein paar Highlights am stehen, ist der Snowspeeder. Den hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang auf der anderen Seite stehen, wo jetzt ein anderes Schloss Grayskull steht, wo wir später zu kommen werden. Und meine Frau hatte die ganze Zeit die Idee, den irgendwie aufs Ständer drauf zu stellen, dass das Ding halt so aussieht, als wenn es fliegen würde. Jetzt haben wir ein bisschen rumgekramt, haben noch so einen gefunden. Es hält. Der Fliegeffekt kommt so mittelmäßig rüber, aber es sieht auf jeden Fall verdammt cool aus und cooler als vorher. Und dann haben wir davor noch ein paar Figuren hingesetzt, die gerne mal umgekippt sind. Zumindest die beiden Herren sind dann dauernd umgefallen und endlich stehen sie und kippen nicht mehr um. So viel an Dekoration, die oben drauf ist. Und das stört uns auch schon direkt mal auf die ersten Fächer, die ihr hier sehen könnt, was komplett Lesestapel ist. Also alles, was ihr hier seht, plus das Spider-Man-Zeug, was ich gerade eben noch präsentiert hatte, ist Lesestapel und muss von mir noch gelesen werden. Und ein absolutes Highlight von den ganzen Sachen, die hier stehen, ist das Ding hier. Das hatte der gute Comic-Judy mir mal geschenkt gehabt. Das ist der erste Auftritt von Darkhawk. Das US-Heft in super Qualität und das ist so ein Ding, das möchte ich mir noch hier graden lassen, auch wenn es sich für das Heft wahrscheinlich nur so mittelmäßig lohnt. Das ist so ein Heft, das kann man mal, wenn man Glück hat, für 30, 40 Euro bekommen. Aber man sieht es auch mal auf Ebay für 600, 700 Euro. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie gehypt der Charakter gerade ist und ist auf jeden Fall ein absolutes Schmuckstück aus meiner Sammlung und das hätte es gerade fast runtergerissen. Und ist so eines der ersten Hefte, dass ich mir graden lassen würde, wenn ich mir immer was graden lassen würde. In den nächsten beiden Fächern haben wir dann die Collections aus dem Hause Igemos und aus dem Hause Hachette. Von Hachette wiederum ist die Marvel-Sammlung von Igemos ist die DC-Sammlung. Die Marvel-Sammlung hatte eine gute Verarbeitung, hatte auch gute Storys, die man dort ausgewählt hatte, aber für mich war so ein bisschen das Dorn im Auge, dass viele Geschichten nur halb veröffentlicht wurden. Bei Igemos geht es so ein bisschen das Gleiche, da gab es aber direkt zwei Dornen, die ich im Auge hatte. Zum einen hat man sich größtenteils irgendwie gefühlt Batman-Geschichten geschnappt, also es ist so viel Batman drin und es gibt einfach so viele DC-Helden, dass sich das ganze Ding irgendwie gefühlt im ersten Jahr komplett nach einer Batman-Collection angefühlt hat und da oben drauf kommt dann halt noch der Faktor mit den Rechtschreibfehlern. Das Ding strotzt nur so vor Rechtschreibfehlern. Das ist unglaublich, wie viele Rechtschreibfehler da teilweise in einem Band drin sind und deswegen war für mich auch recht klar, dass ich das Ding direkt nach den 60 Bänden kicke und da die ganze Verlängerung nicht mitmache, weil bei mir dann auch noch ein weiterer Faktor hinzugekommen ist, dass ich halt auch schon einige Sachen daraus in der Sammlung hatte, aber dann diese Veröffentlichung so mies gewesen ist mit den Rechtschreibfehlern, dass es sich auch nicht wirklich lohnt, die anderen Sachen, die man jetzt gedoppelt hat, aus der Sammlung wegzugeben, weil die andere Version halt definitiv schöner ist als die IG-MOS-Version, aber trotz dessen sind das Sammlungen, die recht beliebt sind und auch für viele Neuensteiger recht praktisch sind, weil wenn man gar keine Ahnung hat von Comics und keinen großen Durchblick, was da so alles auf dem Markt ist, nimmt man einfach so eine Collection ins Abo und kriegt dann halt jeden Monat zwei, drei Titel nach Hause geliefert und hat zum Beispiel bei der Shatter Collection wirklich einige wirkliche Top-Titel dann in der Sammlung drin, aber wie eben schon erwähnt, viele Titel davon halt leider nicht vollständig, was dann für mich ein sehr großes Manko bei der Shatter Collection gewesen ist. Darunter wiederum geht es ein bisschen weiter, einmal mit Battle Cat, die ich hier vorne aufgestellt habe und ich weiß gar nicht, wie die Katze von Skeletor heißt, bitte ballert mal die Kommentare rein, ein bisschen peinlich, aber ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, wie die Katze hier heißt, das ist Battle Cat und die wiederum habe ich an der Stelle so ein bisschen vor die Vertigo-Abteilung bestellt. Hier ist zum Beispiel Why is the Last Man anstehen, Transmit Repolitan, Sandman und was da so alles zugehört, wie zum Beispiel auch American Vampire, wovon ich tatsächlich nur den ersten Band gelesen habe, weil da Stephen King noch mit drin verwickelt war. Danach halte ich irgendwie nicht so das Interesse, die Serie weiter zu verfolgen, weil der erste Band auch wieder so ein Comic gewesen ist, was für mich schon alle Fragen beantwortet hat, die irgendwie da gewesen sind. War auch bei Sandman so gewesen, aber ich habe dann auch bei Vertigo den guten Hellblazer beziehungsweise Jean-Constantin-Hellblazer für mich entdeckt, wo es ja gerade auch der Reprint stattfindet von dem Reprint, den ich hier im Regal stehen habe, die Gus Ennis Collection, wovon jetzt mittlerweile schon der dritte oder vierte deutsche Print veröffentlicht wird und das zu guter Recht, weil der One der absolute Burner ist und bei mir dafür gesorgt hat, dass Jean-Constantin einer meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Was ich eben auch schon erwähnt habe, was man jetzt an der Stelle auch hier findet, sind die ganzen Taschenbücher von Spider-Man, die ich aber wirklich gestapelt habe, damit hier so viel wie möglich reinpasst, weil die Buchhutten sind meistens ähnlich so schön, sind halt einfarbig, weswegen ich da halt vierfach und fünffach gestapelt habe, sodass die ganzen Spider-Man-Taschenbücher da reinpassen und auch noch ein großer Teil der Recher-Taschenbücher. Das einzige waren Taschenbücher, was da nicht mal mit reingepasst hat, sind so ein, zwei Maxi-Bücher, die ich dann hier in meine Top-Co-Abteilung mit reingepackt habe, wo ihr die ganzen Witchblade und The Darkness Comics findet, wo ich auch ein großer Fanboy von bin, ist so ein Franchise, wo ich recht spät mit eingestiegen bin und dann irgendwie alles nachgekauft habe, was ich davon gefunden habe. Gleich geht für Abwahl, man hat auch so ein Charakter, von dem ich nie wirklich viel gelesen habe, wo auch wahrscheinlich gar nicht so viel bei mir in der Sammlung landen wird, aber das, was ich hier stehen habe, feiere ich total ab, was halt der Geoff-Jones-Run ist, was auch immer so das Erste ist, was einem in den letzten Jahren empfohlen wird, wenn es um Aquaman geht. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Deadpool stehen, wobei ein bisschen Deadpool zwei solcher Fächer bedeutet oder sagen wir mal besser Anna-Type-Fächer. Dr. Strange habe ich hier ein bisschen stehen, dann noch Daredevil, eine Figur, die ich unglaublich abfeiere, wovon auch alles gut ist, was ich hier in diesen einfach drinstehen habe, abgesehen von den Dr. Strange-Sachen. Allerdings erscheint aktuell nichts mehr auf Deutsch, weswegen es da auch nicht wirklich mehr wird. Es kam vor kurzem ein Trade raus, ich kann noch mal gucken, welcher das ist, das war dann tatsächlich der Tod von Daredevil, aber das war auch die letzte deutsche Veröffentlichung und ich weiß nicht, ob da in Zukunft noch mehr von Panini geplant wird. Dazu kommen noch ein paar Indie-Produkte, wie zum Beispiel vom guten Markus Rockstroh, der auch mal zu Besuch gewesen ist, die ich hier unten so ein bisschen lose einsortiert habe, hier sind so ein bisschen die Indie-Projekte gelandet, wie zum Beispiel auch Touch, wo ich auch mit den Zeichnern und Autoren in Kontakt gestanden habe, zu dem Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, zwei Jahre nicht mehr geschrieben, aber ihr wisst, was ich meine und wenn du das sehen solltest, auch bist du an der Stelle gegrüßt. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Thematik, die sich hier durchzieht. Dann sind auch noch die Guardians of the Galaxy hier gelandet, eine Gruppierung, die ich unglaublich abfeiere und für mich hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass wenn man nur einen Run von den Guardians of the Galaxy in der Sammlung haben möchte, ist an der Stelle Guardians of the Galaxy Krieger des Eils empfohlen, ist für mich persönlich das Beste, was bis jetzt so von den Guardians geschrieben wurde. Daneben steht dann auch noch die Comics zu Gears of War, ich bin ja riesiger dass die Comics halt komplett austauschbar sind. Sind halt recht brutal und auch gut gezeichnet, aber die Story ist absolut nicht der Rede wert und damit sind wir eigentlich im Groben und Ganzen hiermit schon fast fertig, wollte ich gerade sagen und sehe dann noch, dass hier noch meine Lobo-Abteilung ist. Ich liebe Lobo und Lobo kann man gar nicht oft genug erwähnen. Große Legende der 90er, richtig schade, dass da gerade keine Umgehung erscheint. Hier habe ich so ein Sammelsorion aus Dino-Heften und den zwei Collection-Bänden, die nochmal von Panini gereprintet wurden. Zumindest wurde versucht, von Panini das ganze Ding zu reprinten. Sie haben es dann leider ich glaube nach dem dritten oder vierten Band eingestellt und trotz dessen habe ich mir dann irgendwie noch die ersten beiden Bände geholt, habe Lobo, ich glaube bis auf ein, zwei Hefte wieder vollständig in der Sammlung drin und dann stehen hier zum Teil auch noch ein paar Transformers, Promis und Crossover und US-Hefte, die damals so in den 80er und 90er Jahren erschienen sind und damit sind wir dann jetzt tatsächlich fertig mit diesem Regal und konnten es direkt auch das Regal hinter mir stürzen. Mit dem Regal hinter mir müssten wir im Prinzip ein ganz Stückchen schneller fertig sein als mit den ganzen anderen Regalen, weil hier drin im Prinzip gar nicht so viele Helden stehen wie bis jetzt in den ganzen anderen Regalen, was halt daran liegt, dass Batman und Superman hier drin Einzug gefunden haben. Von Superman habe ich mir so viele Comics, dass es tatsächlich komplett für ein, zwei, drei, vier Fächer ausgereicht hat und da ist eigentlich so ziemlich alles von Superman drin, was man was bedeutet. So wirklich anfängt meine Sammlung in den 90er Jahren. Ich habe auch ein paar Sachen von den 80ern, die aber komplett vor den Joe Schuster Comic passen. Also ich meine an der Stelle die Lebensgeschichte von Joe Schusters als Grafiknovell. Immer wieder empfohlen das Ding. Großartiges Comic und davor steht halt mein 80er Jahre Material und dann geht es auch schon direkt los mit der Tod von Superman, wo ich hier die wunderschönen Panini Reprints von habe und dann geht es los mit meinem persönlichen Einstieg bei Superman, was halt die Dino-Ära gewesen ist, wo auch da selbst Superman zugehört, den ich jetzt auch dank den guten Comics Gold Cinemas. Unglaublich, worauf ich dich heute in diesem Video erwähne. Aber er hat mir diese Figuren vor ein paar Wochen geschenkt gehabt und den habe ich jetzt endlich in der Sammlung drinstehen, mein absoluter Lieblings-Superman und da hat für mich so die Liebe angefangen. Dann kommt so ein kleiner Bruch von der deutschen Veröffentlichung her und Panini nach der Übernahme hat dann versucht, den Bruch wieder mit zu veröffentlichen und hat dann diese Monsterbände rausgebracht, wovon ihr den jetzt glaube ich so halb sehen könntet, der halt extremst günstig damals gewesen ist, wie die ganzen Monster-Editions, die damals bei Panini rausgekommen sind. Allerdings war die Papierqualität unter aller Sau, also das war so dieses US-Papierqualität, also super dünnes Papier, weswegen man das Format auch irgendwann gekickt hat und durch das Megaband-Format ersetzt hat, was halt bessere Papierqualität hat und deswegen auch gute 6-7 Euro teurer ist, als es damals die Monster-Editions gewesen sind. Und danach geht es auch schon direkt weiter mit so Klassikern wie Genosse Superman, Oldster Superman, Superman der Mann von morgen und dann wieder eine große Lücke an loser Smallville-Trade und dann geht es los mit den New 52 und Superman Rd1 und ab dahin habe ich eigentlich alles, was von Superman erschienen ist. Sprich, ab 2012 lückenlos, das aus den 90ern, was ich haben wollte, ist auch in meiner Sammlung drin und dann in den 80er-Jahre-Superman bin ich jetzt nicht so großartig interessiert. Da habe ich auch ein, zwei lose Trades, die ich halt, wie gesagt, hier einsortiert habe oder die auch bei IG Moss dabei gewesen sind und das reicht mir tatsächlich in den 80er-Jahre-Superman-Material. Nach den ganzen Superman-Abteilungen habe ich dann hier noch meine Crossover-Abteilung oder besser gesagt Team-Up-Serie mit Superman und zwar einmal Batman-Superman, Superman-Wonderwoman und Superman-Wonderwoman Batman-Trinity, was dann thematisch natürlich auch noch mit hier reingepasst hat und deswegen unbedingt mit aufgenommen wurde. Was auch noch ein weiteres Highlight ist und unbedingt erwähnt werden muss an dieser Stelle von mir ist Superboy, der normalerweise hier einsortiert ist, aber jetzt gerade fehlt, weil ich den vor kurzem für ein paar Fotos rausgeholt habe. Bisschen ärgerlich, dass das gerade nicht einsortiert ist, aber an der Stelle sehr noch den New 52-Superboyer erwähnt, der für mich persönlich mein absoluter Lieblings-Superman ist und immer wieder erwähnt werden muss und richtig schade, dass es den so nicht mehr gibt in DC-Universum. Soviel zum Thema Superman und Superman-Team-Serien und dann geht es auch schon direkt weiter mit dem Marvel Zombies, wovon ich mir tatsächlich nur zwei Bände nochmal als Solo-Bände gekauft habe und ansonsten den ersten Band noch von der Hachette-Collection besitze und damit für mich auch persönlich das Marvel Zombies-Kapitel abgeschlossen habe, weil nach Robert Kirkman für mich nicht mehr so viel Substanzen in diesem Universum drin gewesen ist und daneben habe ich dann meine ganzen Carnage- und Venom-Sachen stehen. Fängt tatsächlich so bei Rick Remember wirklich lückenlos an, alles davor an Trades, die für mich persönlich wichtig gewesen sind, wie Dark Origins zum Beispiel, habe ich mir auch noch besorgt, aber alles andere habe ich dann tatsächlich ausgelassen, weil von den 90er-Jahre-Serien wurde meines Wissens nach nur eine auf Deutsch veröffentlicht und die war auch nur so mittelmäßig, weswegen ich da auch nicht so Bock hatte, mir noch die ganzen Sachen rückwirkend zu besorgen und seitdem Rick Remember damals diese ganze Agent-Venom-Sache eingeführt hat, ist irgendwie alles Gold gewesen, wo Venom drauf stand. Es gab so ein, zwei Trades nach dieser Agent-Venom-Zeit, wo Eddie Brock wieder zurück gewesen ist, die halt nur so mittelmäßig gewesen sind. Das sind diese mit diesem schwarz-roten Rückenbild, die hatten extremst nice Cover, auch der erste Trade, wo so ein Venom-Symbionten-Träger mit dabei gewesen ist, der nur für diesen einen Trade den Venom-Symbiont getragen hat, war zwar noch ganz gut, aber der Rest der Serie war halt irgendwie austauschbar, aber mit Donny Cates, der aktuell die Serie übernommen hat, hat Venom wieder einen Top-Autoren gefunden und seitdem ist es wieder absolut lesenswert und wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Selbst diese ein, zwei Trades, die so mittelmäßig gewesen sind, waren immer noch gutes Mittemaß mit Venom in der Hauptrolle. Dann geht es weiter mit Batman, der tatsächlich den größten Teil meiner Sammlung ausmacht. Fängt nämlich hier vorne an mit 70er- und 80er-Jahre-Material, aber auch bei Batman ist es bei mir so, dass ich ab den 90ern eine recht lückenlose Sammlung habe oder zumindest diese Sachen in der Sammlung habe, die ich gerne besitzen würde wie Batman Turtles, was das chronologisch komplett falsch einsortiert ist, was für mich aber sinnlich da am besten hingepasst hat oder auch die Comics die zur Animated-Serie erschienen sind, was dann für mich auch tatsächlich der Anfang mit Batman gewesen ist. Diese Batman-Animated-Serie, Batman The Dark Knight Returns war auch eins meiner ersten Comics, aber davon abgesehen war es halt die Animated-Serie, die mich dazu gebracht hat, mir diese ganzen Dino-Hefte zu kaufen, wo ich auch noch mein allererstes in der Sammlung drin habe, was Heft Nummer 3 gewesen ist, was ich mir damals vom Taschengeld für 3,90 Euro gekauft habe, unglaublich günstig, für 2 US-Hefte, unglaublich guter Umrechnungskurs. Auf jeden Fall ist da die Leidenschaft losgegangen und wurde dann auch belohnt mit den ganzen Sachen, die in der Zwischenzeit erschienen sind. Batman Nightfall ist dann wieder so eine Sache, die habe ich erst beim Reprint nachgeholt, habe ich damals in den 90ern nicht gelesen, weil mir damals die Carlsen-Trades nicht so gut gefallen haben und vom Taschengeld her konnte ich mir die auch nicht immer leisten, deswegen ich da komplett drauf verzichtet hatte, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die ich dann irgendwie zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und mir haben persönlich auch am besten die Batman-Comics gefallen, die beim Beispiel das lange Halloween war für mich damals nicht so leicht zugänglich, weil ich zum einen nicht überall die Hefte oder besser gesagt die Prestige-Ausgaben gefunden habe und zum anderen hatte ich das Ganze so ein bisschen lückenhaft gelesen gehabt, weswegen da kein richtiger Lösefluss aufgekommen ist und ich persönlich deswegen das Gefühl hatte, dass der Dino-Verlag sich damals alle Top-Lizenzen von Batman geschnappt hat oder alle guten Comics und dass Carlsen und die Harpon und das rausbringen würden, was so links und rechts ein bisschen abfällt. Heutzutage weiß ich, dass eh Harpon und Carlsen damals großartige Geschichten rausgebracht hatten und gerade mit Nightfall und auch mit Dark Knight Returns hat der Carlsen-Verlag damals zwei absolute Top-Werke gehabt und eh Harpon wiederum hatte mit das lange Halloween und Dark Victory auch zwei absolute Top-Comics am Start gehabt und die haben definitiv gute Sachen damals rausgebracht und auch wenn man sich die Sachen rückblickend anguckt von eh Harpon, die haben damals eine sehr gute Arbeit am Batman gemacht. Dann geht es weiter mit so ein paar anderen losgelösten Sachen wie Gossam Central und ein, zwei andere Miniserien wie Batman Joker von Astro Elo und Bermarjo oder All-Star Batman, die ich alle sofort in New 52 eingesiedelt habe und dann kam ja meine große Comic-Pause, zumindest hier in der Sammlung drin, die ich nicht wirklich aufgefüllt habe, aber wo ich dann wieder komplett eingestiegen bin, war halt der Zeitpunkt von Grant Morrison, gerade Batman übernommen hat, war für mich wieder der Zeitpunkt gewesen, wo ich wieder Comics gelesen hatte und das war ein glücklicher Zufall. Einer meiner mittlerweile am meisten abgefeiertsten Autoren und der beste Batman-One war zu der Zeit am Laufen und ich bin genau zu dem Zeitpunkt eingestiegen, konnte mir zu dem Zeitpunkt auch noch recht bequem den Trade nachkaufen, den mir noch gefehlt hat. Was der erste Band von Batman und Robin Reborn gewesen ist, der zwischenzeitlich extremst teuer auf Ebay gehandelt wurde, da es aber mittlerweile die Batman-Collection gibt und der Band dort auch reprintet wurde, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass auch der Preis vom normalen Band mittlerweile extremst gefallen sein müsste und ab dann habe ich auch alles lückenlos, das müsste 2010 gewesen sein, seitdem habe ich so ziemlich jedes Batman-Comic gekauft oder als Rezensionsmaterial zugeschickt bekommen, was seitdem veröffentlicht wurde und Batman-recht lückenlose Sammlung, weswegen sich das hier nochmal so komplett durchzieht und bis hierhin hingeht und da ist dann auch die aktuelle Batman-Heft-Serie einsortiert und was vom Batman-Detective-Comics auch erscheinen wird, muss ich mir tatsächlich noch nachkaufen, weil da habe ich die Heft-Serie gekickt, ist die erste Batman-Heft-Serie, die ich gekickt habe seit 2010, liegt aber daran, dass ich mit den Lesen nicht mehr hinterhergekommen bin, da möchte ich definitiv noch auf die Traits zugreifen, weil die Serie hat mir richtig gut gefallen. Nach Batman habe ich dann, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, die Mark Miller-Collection dazwischen gepackt, also es ist jetzt nicht wirklich die Mark Miller-Collection, drin behalten habe, plus das Black-Label, wo ich auch die Superman-Titel mit da reingestellt habe und das, obwohl Superman eigentlich oben steht, aber ich habe mir vorgenommen, das Black-Label komplett an einer Stelle zu sammeln, egal was von welchem Charakter erscheinen wird, möchte ich alles vom Black-Label zusammenstehen haben, dass ich da immer alle Black-Label-Titel gleich griffbereit habe. Bei Mark Miller ist so die Sache, ich feiere Mark Miller, es gibt einige Comics von denen ich sogar übertrieben feiere, es gibt aber so viele Autoren, die ich dann nochmal eine ganze Schippe besser finde als Mark Miller, dass ich der Meinung bin, dass man Mark Miller gar nicht mehr so oft erwähnen muss. Mittlerweile kennt jeder Mark Miller, über den Titel wurde auch schon so viel erzählt, auch hier auf diesem Kanal, dass ich Mark Miller an der Stelle einfach mal überspringen und sagen, dass hier meine Mark Miller-Comics stehen. Danach kommen wiederum meine ganzen Batman-Sidekick-Serien. Also ich lese jetzt bei weitem nicht jede Batman-Sidekick-Serie, weil es davon einfach viel zu viele gibt und gerade Batman-Charakter ist, der irgendwie gefühlt 100 Sidekicks hat. Trotz dessen sind einige bei mir in der Sammlung gelandet und davon das absolute Highlight ist Red Hood und die Outlaws. Eine Serie, die mit den New 52 gestartet ist und seitdem fest in meiner Sammlung verankert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der aktuelle Trade, der einfach nur Red Hood The Outlaw heißt, noch fehlt, aber den werde ich mir noch nachkaufen und es ist eine Serie, die absolut abfeierbar ist und auf Ebay unglaublich teuer gehandelt wird. Ich glaube, der zweite oder dritte Bank ist es, der geht gerne mal von 90 bis 150 Euro auf Ebay weg und das ist so eine Sache, die wird wahrscheinlich irgendwann mal auf den Preis fallen, falls Panini davon mal einen Reprint rausbringen sollte. Und dann geht es thematisch weiter mit Grayson, Nightwing und danach habe ich dann direkt die Titans und Team-Titans einsortiert, weil ich das so sinnlich empfunden habe, weil in den aktuellen Team-Titans halt Damon Wayne mit drin ist und bei den Titans halt Robin oder Nightwing mit dabei gewesen ist, deswegen ich das von Überrang recht gut gelöst empfunden habe. Danach geht es recht weiter mit dem Punisher, wo ich jetzt auch so ein halbes Regalfach voll habe. Also es fängt so ungefähr hinter dem Hike an, also hinter der Hike-Figur mit der wunderschönen Gitarre in der Hand. Die Gitarre wiederum war auch ein Geschenk gewesen. Die hatte mir der gute Dudes Comic Corner mal geschenkt gehabt. An der Stelle bist du gegrüßt, Digi und ist eine sehr nice Gitarre und die Figur hat irgendwie gefühlt immer auf diese Gitarre gewartet, weil wenn ihr euch genau den Gesichtsausdruck von ihm anguckt, er sieht so aus, als wenn er sich wirklich auf sein Gitarrenspiel konzentrieren würde und finde ich extrem lustig. Auf jeden Fall der Hinter der Punisher, wo sich für mich an Anfang heraus kristallisiert hat, dass da auch nicht alles Gold ist, was Fans war. Beim Punisher einige Sachen veröffentlicht wurden, die halt nur so mit dem Mars gewesen sind und falls ihr persönlich mal unbedingt was vom Punisher lesen wolltet und euch da nach so einem roten Faden fragt, dem man halt nachgehen könnte, wenn es um gute Punisher Comics geht, sei an der Stelle gesagt, wenn Matthew Rosenberg draufsteht oder Gus Ennis, könnt ihr problemlos zugreifen und bekommt definitiv ein gutes Punisher Comic geliefert. Nach dem Punisher geht es dann auch schon direkt weiter mit dem Flash, wo ich leider große Lücken drin habe. Ich habe einiges, was Mark Waite geschrieben hat, finde davon aber bei Weitem nicht alles gut. Von Jeff Jones habe ich so vier, fünf Trades, da fehlt mir leider auch noch ein bisschen, weil das, was der gute Herr bei Flash abgerissen hat, hat mir richtig gut gefallen. Also richtig los. Bei mir persönlich geht es dann halt auch im Jahre 2012 mit der New 52 Serie und seitdem habe ich alles lückenlos im Regal stehen. Ich fand die New 52 Serie ganz gut, habe sie zwischendurch auch richtig hart abgefeiert, aber die DC Rebirth Serie ist nochmal unklassen besser und sollte jeder von euch lesen, der es noch nicht getan hat. Dann geht es schon weiter direkt mit der vorletzten Reihe aus diesem Regal, wo die ganze Sache mit Wonder Woman anfängt. Wonder Woman Erde 1 ist von Greg Morrison geschrieben worden, hat mir grandios gefallen. Obwohl es mal wieder eine Origin-Geschichte ist, hat es der gute Greg Morrison mal wieder geschafft, die ganze Sache mit einem wunderschönen Gewand zu erzählen und ihr seht es selber, ich habe jetzt nicht so viel von Wonder Woman, es sind so gefühlt sechs, sieben Trades, die ich da habe und ein paar Hefte und von der guten Dame muss ich mir auch noch mehr besorgen. Das gleiche gilt für den guten Herrn, der direkt daneben einsortiert ist, der gute Green Arrow, der einen unglaublich schlechten Start in die New 52 hatte und deswegen von mir erwähnt werden muss, weil das halt mein Start mit Green Arrow gewesen ist und das erste Comic war absolute Grütze. Allerdings hat dann Jeff Lemire nach dem ersten Band die Serie übernommen und hat dann ein absolutes Meisterwerk abgerissen und seitdem ist Jeff Lemire halt für mich ein Name, den ich immer wieder erwähnen muss, wenn es um gute Autoren geht. Dann kommt so ein kleines Sammelsorium von Serien, wo sich halt Charaktere gehäuft haben, die nicht wirklich viele Solo-Serien haben, so wie der gute Hawkman, so wie die Inhumans, wie auch zum Beispiel Midnighter und ihr seht es ja selber, sind einige Sachen drin, wo sich halt kein komplett eigenes Fach für lohnen würde. Dann geht es direkt weiter mit Captain America, der an der Stelle so ein bisschen überdeckt wird von Gutem Tor und auch da habe ich eigentlich viel mehr Comics, als ihr hier sehen könnt, die Comics, die hier gerade fehlen, habe ich die Tage auch mal für Fotos aus dem Regal rausgeholt und habe sie noch nicht wieder reingestellt. Ich habe eben noch den Haufen Comics gesehen, der noch einsortiert werden will. Das ist ungefähr so ein Haufen, habe aber nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt fürs Video relevant sein könnte und habe sie nicht einsortiert. Dafür aber im Regal drin und nicht draußen sind meine Splitter-Alben, die ihr hier erblicken könnt, die sich auf zwei Etagen verteilen und auch gleich und im anderen Regal zum Teil noch drinstehen und da sind so viele unterschiedliche Titel drin, dass ich mir jetzt einfach mal zwei, drei rauspicke, die definitiv erwähnt werden müssen. Wie zum Beispiel Conan, wo die klassischen Geschichten neu aufgelegt wurden im franco-belgischen Alben oder Echo, was eine wunderschön bezeichnete Mersching-Geschichte ist mit Ludmilla in der Hauptrolle drin oder Lazarus, wozu ja auch eine Netflix-Serie geplant ist oder auch Black Hammer, was einer der besten Superhelden-Titel des letzten Jahrzehntes ist, muss man an der Stelle schon tatsächlich sagen. Daneben kommt dann direkt noch ein ganzes Fach, ein kleines Fach mit den großen Halkungen genau zu sein, wo man eine ganze Halk-Sammlung drin ist, wo auch schon einiges zusammengekommen ist, aber ich finde es dann immer so erstaunlich, wenn ich sehe, dass alles, was ich von einem Charakter besitze, dann doch in ein Fach reinpasst und dann denke ich mir, okay, da muss definitiv noch mehr von her. Dann geht es weiter mit dem guten Hellboy, wo jetzt hier die ganzen Companions von mir reingestellt wurden, die halt chronologisch vor der normalen Trade-Serie von CrossCard einsortiert werden müssen und ihr seht es schon, und ich habe hier so einen kleinen Bruch, es geht bei mir nämlich irgendwann los mit Band Nummer 14 und alles, was davor erschienen ist, wird jetzt ja gerade reprintet in der Companion Collection, weswegen das halt für mich gut passt, also ich mache halt die aktuellen Bände mit und werde die Companion Collection so lange verfolgen, bis die dann halt bei dem Zeitpunkt angelangt ist, wo ich halt die Trades im Regal stehen habe. Dazwischen, das habt ihr wahrscheinlich gerade eben schon gesehen, stehen die Bände zu dem Hellboy-Universum, wo halt die ganzen Miniserien und anderen ongoings, dem gleichen Universum bei Dark Horse-Comics-Spielen drin abgedruckt wurden und das Ding ist immer so eine Wundertüte. Mal ist ein Band überragend gut, Maserflächen und mittelmäßig, Mal gefällt einem nur die Hälfte und die andere Hälfte nicht, da muss man immer so ein bisschen den Kauf davon abhängig machen, was jetzt in dem aktuellen Band abgedruckt wurde und damit haben wir eigentlich auch schon das Ding so gut wie abgehakt. Was aber noch zu erwähnen ist, ist meine Torsammlung und zwar hat Jason Aaron jetzt ganze sieben Jahre Tore geschrieben und seitdem bin ich auch wieder bei Tore dran, hab bis auf zwei Trades auch alles lückenlos hier stehen, ich muss mal genau genommen noch zwei James Foster Trades holen und dann hab ich wirklich alles hier stehen und muss War of the Reims zu Ende lesen, dann hab ich das komplette Jason Aaron Ding gelesen, muss aber sagen, dass das Highlight wie so oft bei solchen Autoren tatsächlich der Anfang gewesen ist, was dann an der Stelle die Serie Tor Gottes Donners ist, was in vier Trades veröffentlicht wurde, wo so die Thematik gewesen ist, dass Menschen gar keine Götter brauchen und das Ganze wurde halt auf dramatische Art erzählt und war extrem fett in Szene gesetzt und ich fand die ganzen Gedanken da halt auch mega interessant und war eine Serie, die sehr viel mehr als die Summe ihrer Teile ist und da obendrauf noch verdammt gut gezeichnet wurde und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die Serie unglaublich hoch gehandelt wurde. Die Bände gehen mittlerweile auch für 76 Euro auf Ebay weg, was halt daran liegt, dass es zum einen der Startpunkt von Jason Aaron ist, der jetzt halt über einige Jahre Tor geschrieben hat und zum anderen somit das Beste ist, was jemals am Tor geschrieben wurde, zumindest von den Sachen, die ich von Tor gelesen habe. Dann können wir uns auch schon direkt auf das finale Regal von diesem Zimmer stürzen und da fangen wir mal wieder kurz mit der Deko an. Ihr seht es schon, ich habe hier so ein kleines Masters of the Universe Podest aufgebaut, wo natürlich nicht alles steht von den Masters, was ich besitze, aber so ein paar Highlights, wie auch von Comics Cold Cinema bekommen, das Schloss Greyskull in einem sehr guten Zustand, zumindest von außen, innen drin muss ich noch ein, zwei Sachen austauschen und das Ganze wurde dann auch dekoriert von ein, zwei Figuren. Die oberen habe ich auch von Comics Cold Cinema bekommen, die wiederum hatte der gute Björn mir mal geschenkt gehabt, sei auch gegrüßt, Digi und von den Super 7 Figuren wiederum habe ich mir zwei Stück gekauft, zwei habe ich ertauscht und dann noch einen ertauscht, also so müsste es ungefähr hinhauen. Zwei gekauft, drei ertauscht und davon wiederum sind jetzt vier mit auf diesem Podest gelandet und das wunderschöne Metallblechschild, was ihr da seht, war mal ein Geschenk gewesen, was meine Frau mir geschenkt hat und das hatte sie mir vor circa einem Jahr geschenkt, wo es gerade bei mir so losgegangen ist mit dem Master Cyp und seitdem hat sich hier wirklich einiges angesammelt. Was auch noch ein recht cooles Blechschild ist, ist das Wolverine Blechschild, was direkt daneben an der Wand gelandet ist so einer Zeit, wo David Finch noch für Marvel gezeichnet hat und mittlerweile zeichnet er ja wieder einige Cover und ich mag seine Version von Wolverine, die sieht einfach unglaublich gut aus. Neben Schloss Greyskull seht ihr dann schon direkt das vierere Regal, was wir oben draufgestellt haben und das wiederum steht ganz im Zeichen der Marvel und DC Events. Ich habe in die beiden oberen Fächer die ganzen Marvel Events reingepackt, plus Teil-Ins oder zumindest die Teil-Ins, die in meiner Sammlung drin stecken und das gleiche gilt auch für das DC-Event-Fach oder besser gesagt die DC-Event-Fächer. Man muss auch noch dazu sagen, dass einige Sachen jetzt nicht hier drin zu finden sind, die halt innerhalb von der Batman-Serie, der Justice League-Serie oder bei Spider-Man stattgefunden haben, eigentlich Events sind, aber keine eigene Serie bekommen haben, weswegen sie halt bei mir bei den einzelnen Helden einsortiert wurden und nicht mit in diese Fächer, weil in diesen Fächern habe ich dann tatsächlich nur die Event-Serien einsortiert, die einen eigenen Namen bekommen haben. Darunter kommt dann für mich persönlich eine der wichtigsten Independence-Serien, zumindest aus meiner Sammlung und zwar The Walking Dead, wo ich eine tierische Lücke drin habe und zwar seht ihr hier Band Nummer 1 bis einschließlich 4, ich glaube sogar einen habe ich doppelt, weil mir von Crosskite mal eine Special Edition davon geschenkt wurde und nach Band Nummer 4 geht es dann direkt weiter mit Band Nummer 15. Liegt da dran, dass der Rote Sinus mir damals die ersten 14 Bände ausgeliehen hatte, mich damit total angefixt hatte, das war noch vor meiner YouTube-Zeit gewesen, ich habe es total gefeiert, dann ist er umgezogen, Band Nummer 15 war dann in irgendeinem Umzugskarton drin und ich konnte da nicht abwarten, bis ich den lesen konnte und habe dann einfach zugeschlagen und seitdem war das eine Serie, die bei mir komplett fest im Abo drin war und da oben drauf dann auch der Faktor, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass Crosskite der erste Verlag gewesen ist, der mich damals angeschrieben hatte, ob ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen könnte und deswegen ist das für mich so ein doppelter Kreis der geschlossen wird. Zum einen die erste Independent-Serie, die ich so wirklich abgefeiert habe bei meinem Wiedereinstieg im Jahre 2010, als ich wieder angefangen habe, Comics zu lesen, zum anderen halt bei dem Verlag, der zuerst mit mir zusammengearbeitet hat und da oben drauf auch noch der Verlag, der mir dann das Interview mit Charlie Adler ermöglicht hat, wo ich auch hier dieses wunderschöne Autogramm mit Zeichnung von ihm in Lingen lebt bekommen habe und immer wieder in Erwähnung wert, das Interview ist so ein bisschen cringy, weil ich so gut wie gar kein Englisch spreche und der Sinus auch nicht, aber Charlie Adler hat weswegen das Ganze so ein bisschen hörperig von dann ging und tatsächlich den einen oder anderen unfreiwillig komischen Moment drin hat. Ich werde euch das Interview auch mal in der Beschreibung verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr gerne mal reingucken und bitte bedenkt, ich kann kein Englisch, wenn ihr euch das ganze Interview reinguckt. Nach The Walking Dead habe ich da meine ganzen 90er Jahre Crossover einsortiert, die damals bei Dino und auch bei Marvel Deutschland erschienen sind und habe dann auch neuere Sachen mit einsortiert in dieses Fach, wie zum Beispiel die Power Rangers, die gar kein Crossover sind, aber die sind mit im Crossover-Fach gelandet. Ansonsten, wie gesagt, sind ja eigentlich nur diese Crossover drin und Marvel gegen DC-Geschichten und alles, was so dazugehört, wo das ein oder andere richtig Gute dabei gewesen ist, aber auch die ein oder andere Sache, die nicht so gut gewesen ist. Das Ganze ist dann gefolgt von Iron Man, wo ich auch so seit ca. 2009 eine recht lückenlose Sammlung habe, weil, wo ich wieder eingestiegen bin in die Jahre 2010, konnte man relativ gut nachkaufen, was da erschienen ist, zumindestens die ersten beiden Bände von Mike Fraction, dann kommt mal eine berühmte Pause, weil der dritte Band halt unglaublich teuer gehandelt wurde und dann ab Band Nummer 7, was dann an der Stelle vielleicht sogar schon 2011 gewesen ist, ja, Mai 2011, habe ich eigentlich alles lückenlos, was von Iron Man seitdem erschienen ist und ist auch ein Charakter, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist und deswegen vielleicht von mir auch meine Anfangsphase, wo ich wieder angefangen habe, Comics zu lesen, so gehypt wurde, weil ich halt auch die Filme so unglaublich abgefeiert habe. Daneben sind wir dann bei Watchmen angelangt, Before Watchmen habe ich direkt dazu gepackt, auch Doomsday Clock direkt dahinter, dass das insgesamt eine runde Sache macht und das Ganze wird dann gefolgt von einem Masters of the Universe, wo auch immer wieder dieser wunderschöne Reprint von der Retrofabrik empfohlen wurde, wunderschöne Aufmachung, Überformat und ist echt einer der schönsten He-Man und Masters of the Universe Comics, die ich besitze und damit sind wir dann auch schon fertig mit der oberen Reihe, dann können wir direkt weitermachen mit der nächsten, wo ich einiges an Independent-Titeln stehen habe, wie zum Beispiel aus dem Schreiber- und Leser-Verlag, Wretched Rising oder Esho oder auch Motorgirl, was alles Titel von Terry Moore sind, den ich wirklich abfeier. Daneben noch so ein paar kleinere Veröffentlichungen, wie zum Beispiel von Alpha Lag, die sechste Waffe oder der Goldene Kompass von Carlson und so ein paar Trades, die halt so einzeln ins Regal gestellt wurden, wie zum Beispiel auch Crimson's, eine der besten Vampirgeschichten, wenn nicht sogar die beste Vampirgeschichte, die jemals veröffentlicht wurde aus den 90er Jahren und ich merke es jetzt schon nach diesem Video, werde ich wieder einige Comics zurück ins Regal räumen müssen. Daneben kommt dann meine Old-Man-Abteilung, ich habe es eben schon erwähnt gehabt, wo wir bei Wolverine waren, hier habe ich Old-Man-Logen einsortiert, daneben dann die Trade-Serie, wo sie angefangen haben, die Crew zu melken und jede Menge neue Geschichten mit Old-Man-Logen erzählt haben, Old-Man-Quill, Old-Man-Hawkeye und was alles dazugehört, habe ich direkt daneben einsortiert. Daneben sind wir dann auch schon bei Black Widow angelangt und so bei ein paar Titeln, die damals noch unter 100% Marvel erschienen sind oder zumindest das Design der Buchrücken weiter fortgeführt haben, weswegen ich die so ein bisschen nebeneinander gestellt habe, weil es sind halt alles Titel, die damals bei Marvel Max, meine ich, tatsächlich erschienen sind und nicht bei 100% Marvel und die halt damals alles dieses Buchrückendesign hatten, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hatte sich dann Panini dazu entschieden, die Marvel Max Nummerierung einzustellen, weil es ja mittlerweile eigentlich gar keine Marvel Max Serie mehr sind, weil Marvel Max in den USA eingestampft wurde und haben dann halt die Nummerierung sein lassen, haben aber das Design beibehalten. Das sieht man ganz gut beim Moonlight, wo die eine Serie noch mit der Nummerierung aufgehört hatte und dann die nächste überging. Ich wollte euch das gerade zeigen, weiß aber gerade nicht, wo meine Moonlight Comics stehen, aber die werde ich dann wahrscheinlich mehr zu finden, sobald dieses Video zu Ende ist. Es ist so oft, sodass man im Video irgendwas zeigen möchte oder zumindest ich und es dann in den Augenblick nicht finde. Auf jeden Fall alles so kleinere Serien mit kleineren Charakteren, die jetzt nicht so populär sind, die halt da zusammen in einen Fach reingestopft wurden. Dann geht es auch schon direkt weiter mit Star Wars, wo ich hier so ein paar Trades stehen habe und die Heftserie bis Heft Nummer 50 circa. Das Ganze gefolgt mit ein paar losen Veröffentlichungen aus Marvel and Max und zwei Black Panther Trades und dann geht es auch schon direkt weiter mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, dem Reboot, das die im Jahre, ich glaube 2013 oder 2014 bekommen haben und daneben steht dann auch schon direkt Osari, ein Franchise, was ich noch gar nicht so lange kenne oder besser gesagt ein Charakter, den ich noch gar nicht so lange kenne, der im deutschsprachigen Raum vom Dantes Verlag veröffentlicht wird, die dann einen wirklich richtig guten Job machen. Und zu guter Letzt für dieses Video sind wir dann auch schon bei den letzten beiden Fächern angelangt oder besser gesagt letzten beiden Reihen, wo jede Menge Crosscut-Miniserien oder auch Ongoings drinstehen, die irgendwann mal beendet wurden, weswegen das auch wieder komplett den Rahmen sprengen würde. Wenn ich zu jeder einzelnen Serie was sagen würde, muss aber trotz dessen ein, zwei Highlights rauspicken, wie zum Beispiel Invincible, was eine unglaublich gute Superhelden-Serie von den Autoren von The Walking Dead, den guten Robert Kirkman ist oder auch Paper Girls von Brian Kill 1, was mir richtig gut gefallen hat oder Weisen, was eine italienische Serie ist, die leider in Deutschland nicht komplett veröffentlicht wurde. Insgesamt gab es drei Staffeln vom Weisen, einen deutschsprachigen Raum, auf Grund der Verkaufszahlen sind leider nur die ersten beiden Staffeln rausgekommen. Die dritte wurde leider nie auf Deutsch veröffentlicht und wenn ich Italienisch könnte, würde ich die definitiv nachholen. Was dann auch noch einen überraschend kleinen Platz meiner Sammlung ausmacht, sind meine Avengers-Comics, was von hier bis hierhin dann tatsächlich auch alles ist, was ich von den Avengers besitze. Irgendwie waren dann doch nicht mehr Sachen an Avengers-Comics dabei, die es bei mir in die Comics-Sammlung reingeschafft haben und damit sind wir durch. Also ihr merkt es schon. Jede Menge Comics, die hier stehen, jede Menge Merchandise und jede Menge Sachen, die ich jetzt noch weiter darüber erzählen könnte. Also wir könnten das locker noch zwei, drei Stunden weitermachen und ich könnte noch weiter über die ganzen Comics erzählen, aber ich glaube, wir sind jetzt bestimmt schon bei 30 Minuten angelangt an Videozeit und ich denke mal, das ist lang genug für eine Roomtour. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck darüber geben, was jetzt hier gerade so im Zimmer aktuell steht und wie wir gerade alles so dekoriert haben. Ich denke auch mal eine Hand dafür ins Feuer, dass es in einem Monat wieder komplett anders hier drin aussehen wird und ich hier vielleicht wieder alles runtergeräumt habe, wie gerade eben schon bei der Aufnahme sind wieder einige Figuren umgekippt. Es bleibt einfach der Running-Gag. Sprich, das, was ihr gerade gesehen habt, ist eine Momentaufnahme und in einem Monat sieht es wahrscheinlich schon wieder komplett anders aus. Ihr könnt das ja mal ein bisschen im Auge behalten in den nächsten YouTube- Livestreams oder auch in den nächsten Videos. Das war's dann von mir. Ballert doch bitte mal in die Kommentare rein, was so von den ganzen Comics und Merchandise-Artikeln, die ich hier gerade in die Kamera gehalten habe und über die ich hier ein bisschen schwadoniert habe, euer absolutes Highlight ist und noch obendrauf, was euer absolutes Highlight aus eurer Comic und Figuren und DVD und Videospielsammlung ist oder so das Sammlerstück von euch zu Hause ist, was ihr am meisten abfeiert. Bitte unbedingt mal in die Kommentare reinballern. Ansonsten würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr bei der guten Kamerafrau, der guten Comic-Tante auf Instagram und auf YouTube vorbeischauen würdet. Ich baile euch beide Links mal in die Beschreibung rein und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr gerne noch auf meinen Instagram vorbeischauen, Daumen nach oben und ein Abo dalassen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal Jungs und Mädels. Haut da rein! Daumen nach oben & Die Alles Oh, 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 oh.